Zerbrechen, zerstören, zerschneiden. Sicher kennst du einige Verben, die mit ZER beginnen, denn ZER ist ein Präfix, das im Deutschen relativ häufig verwendet wird. Ich möchte dir in diesem Video einige Beispiele mit dem Präfix ZER zeigen und natürlich erfährst du nicht nur die Bedeutung, sondern auch die Verbformen in den verschiedenen Vergangenheitszeiten und wie immer wartet am Ende auch eine kleine Aufgabe für dich. Also, lass uns loslegen, let's go! Das Präfix ZER bedeutet in den allermeisten Fällen, dass etwas kaputt geht oder in mehrere Teile geteilt wird. Und das siehst du auch bei unserem ersten Beispiel Zerbrechen. Zum Beispiel, ich habe nicht aufgepasst und habe das Glas fallen lassen. Jetzt ist es in tausend Teile zerbrochen. Also, zerbrechen, zerbrach, zerbrochen. Das Glas ist zerbrochen. Und wenn im Satz ein Akkusativobjekt steht, dann wird das Perfekt nicht mit SEIN, sondern mit HABEN gebildet. Also, ich habe etwas zerbrochen. Ich habe den Stift zerbrochen. Kommen wir zu ZERSCHNEIDEN. Und für ZERSCHNEIDEN brauchst du eine Schere oder ein Messer. Zum Beispiel, die Kinder zerschneiden das Papier, um einen Papierwürfel zu basteln. Also, zerschneiden, zerschnitt und zerschnitten. Ich habe das Papier zerschnitten. Kommen wir zu ZERSTÖREN. ZERSTÖREN heißt auch kaputt machen, aber wirklich total kaputt, sodass etwas einen Totalschaden hat und nur noch schwer repariert werden kann. Zum Beispiel, der Sturm hat einige Häuser zerstört. Oder im Krieg wurden viele Häuser komplett zerstört. Man kann sie also nicht reparieren oder renovieren. Man muss sie komplett neu aufbauen. Und die Formen sind ZERSTÖREN, ZERSTÖRTE und ZERSTÖRT. Der Wind hat die Häuser zerstört. Unser nächstes Wort ist ZERKLEINERN. Und wie du schon siehst, steckt das Wort KLEIN oder KLEINER darin. Das heißt, wir möchten etwas kleiner machen. Zum Beispiel, diesen Karton hier. Ich muss den Karton zerkleinern, bevor ich ihn in die Papiertonne stecken kann. Also, ich muss ihn kleiner machen. Wie ich das mache, also mit einer Schere oder mit einem Taschenmesser oder mit den Händen, das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass dieser Karton am Ende kleiner gemacht wird. Ich könnte den Karton zum Beispiel zerreißen. Auch so wird er kleiner gemacht. Und damit sind wir bei unserem nächsten Wort ZERREISSEN. ZERREISSEN funktioniert eigentlich nur für Papier oder Pappe oder so wie hier ein dünner Karton. Wir zerreißen das Papier oder den Karton. Oder ich habe hier ein altes Dokument gefunden, das ich nicht mehr brauche. Ich zerreiße das Dokument. Und ZERREISSEN meint damit auch, dass das nicht ordentlich und ganz gerade ist, wie zum Beispiel mit einer Schere, sondern einfach unordentlich. In ungleich große Stücke. Also, ich zerreiße das Papier, das Dokument. ZERREISSEN, ZERRISS und ZERRISSEN. Ich habe das Dokument zerrissen. Unser nächstes Verb ist ZERLEGEN. Und ZERLEGEN ist sozusagen das Gegenteil von etwas aufbauen. Man könnte also sagen, der Mechaniker musste den Motor zerlegen, um das Problem zu beheben. Also, er musste den Motor in seine einzelnen Teile teilen oder zerlegen, um das Problem zu finden. Oder vielleicht ziehst du um und du hast einen großen Kleiderschrank, der so nicht in dein Auto passt. Dann musst du ihn vorher zerlegen. Du musst den Schrank also auseinanderbauen und die einzelnen Teile auseinandernehmen. Da sagen wir ZERLEGEN. Ich zerlege den Schrank. Ich zerlegte den Schrank. Und ich habe den Schrank zerlegt. Und damit sind wir schon bei unserem letzten Beispiel und das ist ZERREDEN. Das klingt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber man kann auch durch REDEN etwas kaputt machen. Man kann zum Beispiel ein Thema zerreden. Hört doch endlich auf zu diskutieren. Ihr zerredet ja das Thema. Das heißt, ihr habt schon zu viel gesagt. Wir kommen nicht weiter. Wir finden keine Lösung. Wir sagen immer wieder das Gleiche. Wir zerreden das Thema. Also ZERREDEN, ZERREDETE und wir haben das Thema ZERREDET. Das waren einige der Verben, die man mit dem Präfix ZER kombinieren kann. Es gibt natürlich noch einige mehr. Vielleicht kennst du welche. Dann schreib sie uns doch gerne in die Kommentare. Und hier ist eine kleine Aufgabe. Ich blende dir wieder einen Satz ein, in den du das richtige Verb in der richtigen Zeitform einsetzen kannst. Ich danke dir fürs Zugucken und freue mich über deinen Daumen nach oben, wenn das Video hilfreich für dich war. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.